Großen Applaus, die Bahn oder Bankfirma, die Dennis Rieskes, mehrfache deutsche Meister und Mr. Universe in Superschwäge und Olga Kickelberg, deutsche Meisterin der Figurklasse. Musik Musik Wir begrüßen einen riesigen Applaus, Deutschlands einzigen Profi-Athlete in der Bank-Physik-Klasse, Murat Thibir. Musik Musik Murat Thibir hat uns mitgebracht, der größte Profi in der Bank-Physik-Klasse. Das unterteilt man jetzt ein bisschen in die Off-Season und die richtige Season. Wie lange dauert es noch Off-Season? Musik Also eine sogenannte Off-Season habe ich eigentlich nicht. Das, was ihr jetzt noch habt. Ja, also ich schwankle nicht so viel mit dem Gewächt, 35 Kilo, das war's. Musik Okay, und wie lange bereitest du dich dann auf deine Wettkämpfe extrem vor? Musik Also für die Vorbereitung brauche ich vier bis sechs Wochen und dann bin ich mit. Also August auf die nächsten Wettkämpfe, also Juli fängt das dann wieder an. Also Juli geht's los, im August die nächsten Wettkämpfe. Ja, was ganz Besonderes, dieser Mann ist mit dafür verantwortlich, dass Tim Wiese so aussieht, wie er aussieht. Denn er ist sein Trainer zur Zeit in der Karibik, hast du mir gesagt. Wir versuchen ihn am Sonntag hier zur FIBO Power zu locken, dass er vielleicht mit zu uns kommt. Was machen denn seine Trainingsfortschritte? Also seine Trainingsfortschritte gehen voran. Wir sind gerade dabei, dass ich ihm ein bisschen sein Fett und Wasser, dass wir sein Fett und Wasser loswerden. Also er ist ja so ungefähr eine Größe, ist einfach nur massig gewesen und ich habe die Aufgabe jetzt, ihn trocken zu kriegen, so wie wir das hier immer sagen. Also das Einzige, was uns verbindet, das ist die Größe. Unglaublich, was er Muskelmasse schon aufgebaut hat. Ja, die Mahler-Familie und Mumak sind beide am Olymp-Stand zu finden und ich glaube, ihr habt uns auch was mitgebracht. Ein bisschen haben wir uns mitgebracht. Ein paar Shirts, ein paar Kekse. Wenn ihr Lust habt, seid ihr bereit? Ja, dann würde ich sagen, geholt wir sie zu uns und sagen, vielen, vielen Dank an Empire Sports und die drei Athleten Murat, Jimmy, Older Kickerberg und Dennis Rieskis. Also schon auf jeden Fall vorbei am Stand von Empire Sports hier in der Halle 10.2. Dort findet ihr unter anderem ein Fitnessmodel-Casting, wo jeder mitmachen kann. Also das Contest-Plakat läuft ja auch als Stammbild im Video und es gibt weitere Aktionen und wegklingende Cookies zu verschenken. Ich würde sagen, nochmal einen großen Applaus und besten Dank an Olga, Dennis und Murat. Schön, dass ihr hier wart. Vielen, vielen Dank an Empire Sports und mit dem hier sind wir natürlich nochmal wieder in den nächsten Tagen, die wir uns auf der Bodybuilding.com-Bühne. Ja, und wenn auch ihr euch hier auf der Bodybuilding.com-Bühne oder andere Bühne gefragt habt, was ich jetzt Atlassier über die mitmachen kann ich kein Mensch sei. Wie euch Batteryordo orientiert?